Hm, ich fahr jetzt mal hier rüber. Ja, das ist witzig hier. Hier werde ich gleich ganz runter schalten müssen, sonst komme ich da nicht hoch. Ganz runter. Ja, so. Jetzt ganz langsam hier hoch. Das ist steil, das sieht man vielleicht auf dem Video nicht so, aber da geht es ganz schön hoch. Aber im kleinsten Gang überhaupt kein Problem, muss man fahren können, aber kein Thema. Ich glaube, das sind schöne Bilder jetzt, obwohl es diesig wird, ein wenig. Aha. Ich werde den Flock hier nicht in die Speichen lassen. So, da ist da vorne die Häuser Zorrem. So. So. Ich habe immer versucht zu sagen, das neue Baugebiet einmal anfährt, aber die Häuser hier, die stehen schon eine Weile, die wir jetzt hier links sehen. Wir tangieren die nur, der Wahnpfad ist noch nicht voll ausgebaut, es gibt Richtung Autobahn noch viele Bauplätze, aber die werden vielleicht Schwierigkeiten haben mit der Vermarktung, denn an der Autobahn ist es eben doch laut, trotz Lärmschutzwand. Guten Tag. Ich glaube, diese Wiese kriegt ein paar Sonnenstrahlen ab, vielleicht sieht man das. Hier schlägt es wieder an, ein bisschen strampeln, aber nicht so schlimm. Jetzt geht es noch steiler hoch. Und hier rechts. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020